Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit für die viel zu frühe Finanzanalyse von Ravnica Remastered. Wir schauen uns Zahlen, Daten, Fakten zum Release-Wochenende an. Was kostet es? Was ist es heute wert? Am Beispiel der Collector-Display. Wieder mal orientiere ich mich hier an dem Artikel Sammeln von Ravnica Remastered von Wizards. Den gibt es schon seit dem 12. Dezember. Eine ganze Menge steht da drin. Was sind Karten ohne Rand? Was sind Retro-Frame-Karten? Auch was sind Karten mit Seriennummern? Aber hier stehen auch die Inhalte. Der Draft-Booster, eine seltene oder sagenhaft seltene Karte, eine Mana-Fixing-Karte, nicht ganz häufige Karten. Cummins, Uncommins, whatever. Und auch die Sammler-Booster, a.k.a. Collector-Booster. Und hier haben wir wieder die Übersicht, was genau drin ist. Und zwar, fangen wir mal unten an. Eine doppelseitige Spielstein-Karte als Traditional Foil, also ein Foil-Token. Vier Foil Cummins. Drei Foil Uncommons. Ein Artefakt oder Land als Traditional Foil Common, Uncommon oder Rare. Zwei Uncommons oder Cummins Retro-Non-Foil-Karten oder Karten ohne Rand. Eine... Alter, Deutsch ist krass. Traditionelle Retro-Foil-Karte oder Karte ohne Rand. Cummins, Uncommons. Eine Traditional Foil Rare, Mythic Rare. Eine Retro-Karte als Nicht-Foil-Karte Rare oder Mythic Rare. Eine Anime-Karte ohne Rand oder Schockland als Nicht-Foil-Karte. Und eine Karte mit alternativen Kartenrand oder Retro-Karte mit Seriennummer. Wow. Auf Deutsch verstehe ich hier gar nichts. Aber zum Glück wurde es darunter nochmal erklärt und aufgedröselt. Bis in die letzten Prozente. 55,2. Hier, einer, da. Irgendwann haben wir sogar zwei Nachkommensstellen. Genau, so 55,81%. Und das ist sehr cool. Das hatten wir ja schon bei The Lost Caverns of Ixalan. Und hier haben wir es eben wieder bei Sammeln von Ravnica Remastered. Und ja, ich nenne es Ravnica, weil das scheinbar irgendwie mein norddeutscher Akzent ist. Ich ziehe Vokale gerne in die Länge. Aber es heißt natürlich Ravnica. Ja, ich habe es verstanden. Okay. So, ihr wisst jetzt, was ungefähr drin ist. Wir gehen direkt in das Google-Sheet und schauen uns mal an. Was es wert ist. Was ihr erwarten könnt. Wie hoch ist der Expected Value? So, aus Gründen der Transparenz möchte ich nochmal darauf hinweisen. Die Preise sind vom 12. Januar 2024. Und es sind dieses Mal die Preise des günstigsten deutschen Anbieters. Also wirklich das günstigste, was ihr gerade kaufen könnt. Nicht der 7-Tage-Durchschnitt, nicht nur die verwerbliche Händler, sondern einfach der günstigste deutsche Anbieter. Wir haben hier den Slot, 4 Voll-Comments. Der Durchschnittspreis, den blende ich euch gleich ein. Der Expected Value ist dann eben 4 mal der Durchschnittspreis. Da wir 4 Voll-Comments kriegen, mal die Wahrscheinlichkeit 100%, also genau 4 mal das von dem Durchschnittspreis. An diesem Beispiel ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, da die Cumments nichts wert sind. Aber ich glaube, die Voll-Comments sind schon was wert. Und zwar 13 Cent im Durchschnitt. Wir haben 3 davon, das heißt 3 mal 13 sind 38, weil das wahrscheinlich nur 12,7 oder sowas genau sind. Kann man schauen. 12,5 Cent ist eine hier im Schnitt wert. Und dann ist das 37,5 der Expected Value. Wir haben 80 Karten, wahrscheinlich kein 100%. So setzt sich das zusammen. Schwarze Zeilen, Cumments, Silberne Zeilen, Uncommence, Goldene Zeilen, Rares, leicht Orange, Kupferfarbene, whatever, sind Mythic Rares. Und hier unten habe ich nur einmal hervorgehoben, der eine Slot, der zu 1% eine serialisierte Karte enthalten kann. So, weiter geht's. Der dritte Slot ist bereits einer, wo wir 3 verschiedene Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen müssen. Denn zu 58% bekommen wir 1 von 10 Gilden-Toren, Gild-Gates in Foil. Und die sind 0 Euro wert. Erhöhen die V demnach auch um 0 Euro. Die Cygnets sind auch 0 Euro wert. Raktos Cygnet, Azorius Cygnet, Orsoff Cygnet, bla bla bla. Alle 0 Euro wert. Und an dieser Stelle ist der erste Slot, wo wir Shocklander bekommen können. Und die Shocklander ziehen sich hier wie ein roter Faden durch die Collector Booster. Und ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Aber wir können hier ein Shockland oder eine Chromatic Lantern bekommen. Der Durchschnittspreis ist 14,05 Euro. Erhöht den EV um 1,26 Euro. Wir haben 11 mögliche Karten. 10 Shocklander und einmal Chromatic Lantern. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 9%. Das heißt, bei 12 Boostern ist hier relativ sicher eine Rare-Karte in diesem Slot. Und das könnte mit absoluter Wahrscheinlichkeit dann ein Shockland sein. Aber sie haben noch eine Chromatic Lantern reingepackt, die 2, 3 Euro wert ist. Also ihr kriegt hier nicht garantiert einen Shockland. Wenn ihr in diesem Slot einen Chromatic Lantern bekommt, dann kann ich es verstehen, wenn ihr die Träne verdrückt. Weil das hätte auch eine Steam-Vend sein können in Foil. Aber nein, es ist eine Chromatic Lantern. Was sie sich da gedacht haben, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, naja, klitzekleiner Beigeschmack. Dann haben wir die nächsten Slot. Das sind die ersten Retro-Frame-Karten. Und zwar Cummins und Uncummins in Non-Fall. Die Cummins sind wieder nichts wert. Die Uncummins treten zu 41,86% auf. Und erhöhen den EV um 44 Cent. Denn es können 2 sein, aber nur zu 41,86%. Deswegen erhöht es den EV um 44 Cent. Und das gleiche haben wir auch in Foil. Dann kann es eine Karte sein. Die Cummins sind 41 Cent wert. Treten zu 58,14% auf. Und die Uncummins sind 1,90 Euro im Durchschnitt wert. Erhöhen den EV um 80 Cent. Und damit sind wir auch schon durch mit allen Cummins und Uncummins. Und eben diesem Hauch auf eine Chance auf ein Shockland, der hier in einem Slot versteckt ist. Perfekte Momente, um einmal kurz nach unten zu gucken. Hier habe ich euch die Summe aufgeführt. Die Summe des gesamten Boosters, 3,12 Euro bisher. Des Displays mal 12 offensichtlich. Also 3,12 Euro mal 12 ist 37,38 Euro. Und dann ist hier noch der 95% Betrag. Falls ihr das bei Cardmarket verkauft, müsst ihr 5% Gebühr abziehen. Deswegen hier nochmal der 95% Betrag. Darunter, das mag für einige von euch interessanter sein, ist die Summe des Expected Values abzüglich aller Cummins und Uncummins. Also hier von den 3,12 Euro sind nur 1,26 Euro Rare oder Mythic Rare. Hier also die Shocklander. Und deswegen ist der EV des Displays nur 15,18 Euro. Also 22,20 Euro im gesamten Display ist der EV durch Cummins und Uncummins. So, jetzt habe ich alles gesagt. Jetzt gehen wir durch die einzelnen Zeilen durch. Der erste richtige Rare-Slot hat eine Voll-Rare zu 88%, eine Voll-Mythic Rare zu 12%. Und die Rares sind 1,17 Euro wert. Die Mythic Raires 9,37 Euro erhöht den EV an dieser Stelle um 2,15 Euro. Wir sind also hier bei 63,19 Euro oder 40,99 Euro. Weiter geht es mit dem ersten Retro-Frame-Slot, Rare und oder Mythic Rare. Hier können Shocklander enthalten sein. Achtung, ich habe es dahinter geschrieben. In dem normalen Voll-Rare-Slot können keine Shocklander enthalten sein. Das heißt, von diesen 60 Karten sind die 10 Shocklander, die wir haben und die Chromatic Lantern schon abgezogen. Es gibt eigentlich 71 Rares, aber Shocklander und Chromatic Lantern kriegt ihr nur in diesem Slot zu 9%. Bei den 88% hier sind keine Shocklander enthalten. Deswegen ist der EV auch so gering hier. Ihr werdet gleich sehen. In jedem Slot, in dem Shocklander vorkommen können, ist der EV um ein deutliches höher. Zum Beispiel über den Retro-Frame-Rares 4,11 Euro. Es sind 58 Karten. 4,11 Euro im Schnitt. Zu 89,7% bekommt ihr eine Rare. Und es erhöht den EV allein um 3,69 Euro. Also schon fast das Doppelte von dem ersten Slot. Einfach weil keine Shocklander enthalten sind. Die Mythic Rares sind 8,28 Euro wert. Also genau das Doppelte von den Rares. Erhöht den EV nochmal um 85 Cent. Denn ihr könnt sie nur zu 10,3% bekommen. Genaue Beobachter und auch der letzten Monate und Jahre sehen das hier. 88 und 12%, 89,7 und 10,3%. Also die Wahrscheinlichkeit eine Mythic Rare zu ziehen ist in diesem Slot schon echt schlecht. Eher so eine in 10 Boostern ist hier eine Mythic Rare. Normal ist ja immer eine pro 7,4 Booster. Ich glaube es sind dann so 14%. Müsste so ungefähr sein. So, dann haben wir einen weiteren Slot. Der letzte Non-Foil Slot. Und zwar können wir eine Borderless Anime Rare haben. Eine Borderless Shockland. Eine Borderless Anime Mythic Rare. Oder eine Borderless Anime Planeswalker in Mythic Rare. Hier steht in der Liste 32 Karten. Exakt dieser Slot, den gibt es auch in Foil. Der hat nur 17. Und ich habe auch nur 17 Karten gefunden. Falls das ein Fehler ist und ihr seid schlauer als ich, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich einen Beitrag anpinnen mit meinem Fehler. Aber ich habe nur 17 Borderless Anime Rares gefunden. Deswegen habe ich hier auch mit 17 weitergerechnet und nicht mit 32. Passt auch dazu, dass hier die Foils auch nur 17 sind. Ich glaube einfach, das ist ein Schreibfehler von Wizards. Borderless Anime Rares sind 2,65 Euro im Schnitt wert. Da sind keine Schockländer enthalten. Erhöht ihr die Video um 1,38 Euro. Und zu 52 Prozent werdet ihr einen von diesen Anime Rares hier in diesem Plot ziehen. Zu 27,5 Prozent. Das ist fast jeder Dritte. Ein Borderless Shockland. Und diese Schockländer, non-foil, sind 14,71 Euro wert. Hier oben habt ihr ungefähr ja 14,05 Euro. Also eigentlich auch eher ein Ticken teurer. Weil das Chromatic Lantern den Durchschnitt ein bisschen runterzieht. Erhöht den Niveau um 4,04 Euro. Also das ist schon stabil, ne? Und wir sind mittlerweile schon bei 182,70 Euro wert des Displays. Dann kommen zwei Slots, die ich persönlich nicht so interessant finde. Die Borderless Anime Mythic Rares und Borderless Anime Planeswalker Mythic Rares. Insbesondere diese Planeswalker hätte man auch einfach zusammenführen können. Die sind 1,08 Euro wert. Erhöht die Niveau um 6 Cent. Ihr kriegt sie zu 5,5 Prozent. Ich hoffe auch für euch, dass ihr sie nicht bekommt. Aber es ist so selten. Es ist eine tolle Chance. Aber man will sie ja gar nicht, weil sie wirklich nicht zu wert sind. Bei den Mythic Rares kann es halt auch so ein Cyclonic Rift zum Beispiel sein. Oder dieser, nicht Brudiglatt, ach, dieser Mill Commander. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Sir, irgendwas. Ja. Ein Slot haben wir noch. Den Hull Monty. Alternativer Kartenrahmen. Das heißt entweder Retro oder Borderless. Oder sogar zu einem Prozent die Chance auf eine sehr realisierte Karte. Und da muss man dann auch nochmal sagen, die Range ist von Cyclonic Rift, Steam Vans, Breeding Pool zu Ghostway. 1.500 Euro zu 150 Euro. Auch da ist halt die Spanne echt nochmal hoch. So, aber gehen wir Step by Step durch. Retro Frame Foil Rares. Da können Schockländer enthalten sein. Und ihr wisst, Schockländer sind teuer. Im Durchschnitt ist die Retro Frame Foil Rare. 58 Stück gibt es. 10 Euro und 8 Cent wert. Erhöht den irgendwie um 6,63 Euro. Alleine dieser eine Slot zu 65,8 Prozent. Die Retro Frame Foil Mythic Rares sind 13,98 Euro wert. Na, hier Preistreiber auch Cyclonic Rift und so. Erhöht den EV nur noch um 1,03 Euro. Da wir nur zu 7,4 Prozent diese Karte ziehen. Die Borderless Foil Anime Rares. 7,46 Euro. Erhöht den EV um 1 Euro. Und die Planeswalker. 3,70 Euro. Erhöht den EV doch auch um ganze 5 Cent. Hier oben um 6, hier um 5. Also die Planeswalker alleine. Erhöht den EV um 11 Cent. Jawollo! Dann haben wir noch die Borderless Foil Anime Mythic Rares. Sind 21,41 Euro wert. Und die erhöht den EV um 86 Cent. Und wir haben nur noch 2 Slots. Oder 2 Wahrscheinlichkeiten für 1 Slot. Die Borderless Foil Shockländer sind 22,77 Euro wert. Erhöht den EV um 1,59. Und wir sind ohne serialisierte Karten. Der Großteil von euch, wenn ein Display oder ein Booster aufmacht, wird keine serialisierte Karte bekommen. Das ist eine 1% Chance. Das erste Mal, dass Wizards übrigens nicht geschrieben hat, kleiner als 1%, sondern 1%. Und daher gucken wir mal kurz rein. Ohne Cummins, ohne Uncummins. Aktuell ist ein Booster 26,16 Euro wert. Das ist ein Displaypreis von 313,90 Euro. Abzüglich Kartenmarktgebühr 298,21 Euro. Und wie ich schon sagte, zwischen 1450 Euro. Ich glaube, es ist Steam Vans die teuerste. Cyclonic Rift war, glaube ich, bei 950 Euro. Und auch da, ne, habt ihr die 1 von 100, die 63 von 100 oder die 100 von 100. Es ist kaum zu sagen, was diese Karten wert sein werden. Dreistellig auf alle Male. Von daher kann ich mit diesem Durchschnitt auch leben. 513,83 Euro. Alle 64 serialisierten Karten sind derzeit für 32.884,91 Euro zu haben. Ich habe jetzt nicht auf die Nummerierung geachtet, ne. Also eine 1 wird wahrscheinlich teurer sein als eine 17. Oder eine 100 wird auch teurer sein als eine 82. Meistens, ne. Aber wo ein Verkäufer ist, muss auch ein Käufer erstmal da sein. Vor allem für so einen Ghostway oder Niv-Mizzet Reborn oder wie auch immer das heißt. Ja. Es ist eine Orientierung. Das hier erhöht den Evi um 5,14 Euro. Wir sind bei 31,30 Euro pro Booster. 375,56 Euro. 95% sind 356,78 Euro. Für alle, die richtig krass optimistisch sind, auch an, kann man es raushauen. 397,76 Euro. Beziehungsweise 377,87 Euro. Das ist der Evi eines Ravnica Remastered Collector Displays. Und ich habe noch drei Fun Facts für euch. Bevor wir zu diesen Fun Facts kommen, oder halt Kernaussagen eigentlich, will ich nochmal ganz klar sagen, ne, das sage ich euch gleich. Gehen wir mal runter. Boom. Fun Facts. Nennt es auch Kernaussagen. 46,53 Prozent, also fast die Hälfte des gesamten Evis kommt aus den Schockländern. 46,53, also fast 200 Euro von 400 oder 190 von 400, kommen aus den Schockländern. Sollten die Schockländer also um 20% im Wert sinken, verringert sich der Evi alleine wegen der Schockländer um 10%. Sollte der Evi, äh, der Preis der Schockländer um 20% steigern, steigt eben dementsprechend auch relativ deutlich der Evi des gesamten Displays. Will nur mal sagen, Wizards verkauft uns hier gerade Schockländer getarnt als ein Produkt. Ähm, hier, ihr hofft eigentlich nur Schockländer oder vielleicht eine serialisierte Karte zu ziehen. Alles andere, sag mal, naja, dahingestellt. 15,51 Prozent des gesamten Evis kommt aus den serialisierten Karten. Auch spannend. 15 Prozent von 400 Euro sind 60 Euro eines Displays Evi. Äh, kommt basiert auf der Hoffnung, eine serialisierte Karte zu ziehen. Äh, das sieht man ja auch nochmal, wenn ich das hier wieder lösche, ne, sind wir wieder bei 336 beziehungsweise 313. Und jetzt 397, 375. Das heißt wirklich, ne, sehr abhängig von den Schockländern, sehr abhängig von den, ähm, serialisierten Karten. Ihr könnt das nicht einfach nur addieren, weil da sind ja auch serialisierte Schockländer mit drin. Aber, alles in allem, ist der Evi theoretisch so, wie ich ihn gerechnet habe. Und zwar habe ich hier, äh, ich glaube die 375, ne, die 377, 87 durch den Einkaufspreis geteilt. Der ist gerade bei 274,90 Euro per Cardmarket. Und damit ist die Evi 37 Prozent höher als der Einkaufspreis. Wie immer, das hier ist keine Anlageberatung, das dient einfach nur eurer Unterhaltung. Ich hoffe, ihr wart ein bisschen unterhaltet. Ähm, letzte Anmerkung dazu. Die Schockländer werden im Preis fallen. Vermutlich vor allem diese Borderless-Anime. Hier sind sie, Borderless-Schockländer, die man hier hat. Die normalen Schockländer und die Voll-Borderless-Schockländer. Serialisierte und Retro-Frame-Foil. Ich denke, die könnten preistebil sein oder sogar im Preis steigen. Und alles, was ihr hier seht, wird sich nach unten orientieren. Wir haben gerade zwei Tage Ravnica Remastered. Oder einen Tag, wie man auch immer rechnet. Ähm, von daher, die viel zu frühe Finanzanalyse hat mal wieder gar keine Aussagekraft. Aber ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und, ja, wir sehen uns, hören uns bald in den nächsten Tagen. Wenn ich diese Babys hier dann auch aufmache, um diese These heute hier zu bestätigen. Bis bald, meine Lieben.